Wir sollten da nun wieder raus sein. Das ist Batman. Meine Güte. Zum Glück bist du hier. Gibt ein Ausbruch, was? Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Aber treten Sie doch zur Seite. Wir müssen... Ich und meine Freunde hier haben ein Riesenproblem und nur du kannst es lösen. Mit deinem Talent für Kostüme und so. Tut mir leid, ich muss aber... Also, wir haben einen lebensgroßen Ballrock für unser Rollenspiel am Wochenende bestellt. Aber nur ein Teil ist angekommen. Und es ist total wichtig, dass wir... Wenn du herausfinden könntest, wo der andere Truck ist und alles für uns zusammenbaust, dann hättest du echt was bei uns gut. Das heißt, ihr haltet die Klappe und lasst uns rein? Na klar. Oh, na schön. Was tut man nicht alles, um, ähm, ja, um ins Gefängnis reinzukommen? Okay. So, Freunde, wir müssen irgendwas für die finden. Ein LKW. Mit Ballrock-Kostümen. Sachen teilen. Die noch fehlen. Werden wir schon finden. Irgendwie. Wird das schon klappen. Okay, wir sind wieder in der offenen Welt, wie ihr sehen könnt. Klappt schon. Okay. Das werden wir gleich sehen. Sieht aus, als kannst du Hilfe gebrauchen. Ich helfe dir wohl besser auf. Äh, ja. Ich brauche schon wieder mein fliegendes... Das muss der... Ach so, der muss... Ach, okay. Das habe ich ja nicht gesehen. Ja, tschö. Ach so. Das war Nummer 2 Und jetzt fehlt noch Nummer 3 Ein LKW fehlt Wo ist dieser LKW? Irgendetwas fehlt Die Frage ist nur wo und wie und was und warum Vielleicht hier drin Nein Wo ist der letzte LKW? Der letzte LKW So ich folge jetzt einfach mal unauffällig Den Teilen Obwohl ich sagen muss Ja der Ding packt mich sowieso wieder nachher Aber sehe ich etwas? Aber was? Ja Warten wir Ehrlich Gib Gas So So Bitteschön Alle 3 Teile Wow Wow Hahaha Okay los geht's Wir müssen jetzt ins Arkham Asylum rein Um den Joker Dingfest zu machen Und um ihn Mein Gott Und um ihn in die Phantomzone zu bringen Was ein Wort Was ein Satz Was ein schwieriger Was ein schwieriger Satz Halt mal Batman? Barbara Was machst du denn hier? Halt Ist das der Phantomzone? Megafon Ein Megafon Siehst du Das macht meine Stimme lauter Was ist das der Phantomzone? Was ist das der Phantomzone? Muss wohl irgendwie kaputt sein Greifhacken Alarm Batman und ein kindlicher Konflit zu wollen Das Asylum infiltrieren Ab alle Ehren Halt 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 Los geht's Halt Weil wir jetzt die Bösen sind Homies So Hier brauchen wir wieder zu Ach Bad Girl Jawohl Barbara Ups Spoiler Hey der Joker gefällt mir richtig gut in dem Selego Batman Movie muss ich echt mal sagen ey also Auch die Grimassen und so die erstmal gefällt mir der richtig gut tea Ward Hjaha wie geil ist das denn Du bist der Megaröntgenautomat Ha ha wie geil ist das denn Du bist der Megaröntgenautomat Eid Komm, schick doch mal 6 auf einmal rein, damit das was schneller geht. Nee. Nicht wirklich. Ich bin hier, ja. Bam, nimm das. Kümmern wir uns als erstes mal um Töne. Ah, hier vorne sind die Frequenzen. Wow. Robin, come on. Ups. Ups. Das sollte ich dann wohl nicht reparieren, oder? So, das war Nummer 1. Das war die Kanone. Super. So, und wir kümmern uns um Rot. Zack. Ich hab heute noch ungefähr 52 andere Sachen zu erledigen. Bin bald zurück. Mach doch, mach doch. Mach doch, mach doch. Sehr schön. Ein Radio. Müssen wir damit wahrscheinlich die Scheiben kaputt machen, weil das ballert jetzt gleich bestimmt richtig. Haust du wohl ab? Jetzt sag mal. Oh. Natürlich nur anmachen. Nehmbar. Ach so, alle Server, okay. Ja, wenn das so ist. Vorsicht. Äh, ja. Natürlich kannst du das nicht. Natürlich kann es nur Batman. Denn, 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 denn. Aufgepasst. Gleich bist du schwer beeindruckt. Mehr als ich es jetzt schon bin. Okay. Wow, ein Bad Computer. Wie cool. Du wirst wirklich immer und immer besser, Bad Papa. Blub, 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 blub. Hier wird wirklich ordentlich trainiert. Im Leben gibt's keine Sicherheitsgröße. Wo? Ist das Teil? Da. Fast übersehen. Gerade eben noch. Gerade eben noch. Mach auf. Minikit. Number two. Checkpoint. So, hier sind wir jetzt bei den ganzen Schurken. Ja, da oben hat sich ein Freund gebaut. Seht ihr das? Gott, er will aus, abhauen. Er, ey. Er malt. Was ist das, Bad Dad? Eine Laserdrohne. Lass sie nicht auf dich schießen. Wow, wow, wow. Gehst du wohl kaputt? Geht nicht kaputt, das Mistvieh, ne? Warum stürztest du? So, Freunde. Wir machen wieder... Oder wir machen weiter. Wir versuchen es nochmal. Kann ja nur besser werden, Freunde. Kann ja nur besser werden. Frage ist ja auch... Wie ich mich gerade stelle. Kann ich das Ding denn überhaupt zerstören? Ich weiß nicht, ob das so geplant war, aber ich mach das jetzt einfach mal. Seht ihr? War nämlich nicht. Ich hätte bestimmt mit dem Ding, hätte ich nämlich mit dem Hubschrauber, hätte ich wahrscheinlich das zerstören müssen. Aber ist mir egal. So ist der Hubschrauber weg. Von mir aus, es interessiert mich nicht. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Es interessiert mich nicht. Au, 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 au. Und so lange es ein- oder ausbricht, wird der Boss das niemals herausfinden. Übrigens, hat vor ein paar Minuten noch jemand so ein schlagend schlurfendes Geräusch gehört? Nein? Nur dann. Jetzt sind hier sogar hindern. Das ist ja so Mist. Schnell runter. Ja. Da oben ist Strom schnell. Nein, 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 nein. Und... Jetzt schnell, 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 schnell. Ja. Wie, was zum? Weil ich ihn suche? Ich will zum Joker. Ich lasse euch erstmal rein, Freunde. Kommt. Nein. Jetzt. Schöne Sache. Äh, hier scheint ich zu sein. Ah, ja. So, Robin. Ich brauche dich nochmal. So, ich bräuchte Wasser oder so. Obwohl ich sagen muss, ich gehe jetzt erstmal nach oben. Schaue mich erstmal hier oben um. Hier brauche ich ein Auto. Und eine TARDIS. Ich werde bekloppt. Okay. Krass. Hier fliegen wir mal schnell durch die Zeit. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt, was jetzt passiert. Okay. Okay. Jetzt bin ich gespannt. So, natürlich geht das mit ihm nicht. So, TARDIS, mein Impuls weg. Der Doktor hört ein Huhn. Ich bin der Doktor. Kommst du nicht weiter? Keine Sorge, das ist nur menschlich. Oder ist... Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. So, so weitläufig ist das ja hier gar nicht, muss ich sagen. Wirklich gut. Oh, das wird eng. Oh, das wird eng. Oh, das wird eng. Oh, das schauen wir nicht. Oh, shit. Oh, shit. Wunderbar. Da habe ich schon Schlimmere von diesen Hackerangriffen hier gesehen. Oh, Handlanger Mike gerettet. Sehr cool. Bitteschön. Ach, wir sind hier auf so einem Schreibtisch. Hier ist eine Tasse von TT Games. Dahinter komme ich nicht. Oder muss ich da rein? Tatsache, aber nicht mit dem Prof hier. Ich erkenne ein wichtiges Objekt, wenn ich eins sehe. Das da ist eins, oder? Die Frage ist ja... Hier muss ich wieder was zerstören? Hier auch? Und hier kommt Supergirl von Krypton. Äh, Robin, komm her. Versteck dich doch nicht, mein Freund. Versteck dich nicht. Oh, wow, wow, wow. Unter der Lampe. Ey, versteckt sich da. Gibt es doch gar nicht. Okay, eins ist hier noch. Aber wie kommen wir da dran? Hier ist auch noch was. Echt interessant. Machen wir mal die... Genau, machen wir mal die Hunde hinter kaputt. Mal gucken. Ah, das war Nummer... Ah, okay. Das war Nummer 2 zum Aufbauen. Müssen wir was aufbauen. Okay. Äh... Komm her, Gandalf. Gandalf, der Graue. Ich bin Gandalf, der Graue. Ach, wir müssen Basketball spielen. Sehr cool. Okay, cool. Super. Ja, haben wir auf jeden Fall einiges gefunden hier. Sehr schöne Sache. Finde ich gut. Ich finde es sowieso geil, dass hier die alten Sachen mit eingearbeitet wurden. Das hat man bei den anderen Toys-to-Life-Games nicht. Wisst ihr, wie ich meine? Finde ich richtig gut. So, hier bauen wir ein Fahrzeug, ein Auto. Alles aber recht einfach gehalten, um an die Minikids hier zu kommen, muss ich sagen. Ja, also... Schwer ist das hier nicht. Hurra! Mein Fubi, Mr. J ist hier. Jetzt wird's lustig. Hier wieder... Äh, ja. Jake. Jake, ja. Ja. Sorry, Leute. Aber ich muss schon wieder die Fliege machen. Fliegen! Ich meinte natürlich Finn. Sorry. Okay, akzeptieren wir einfach mal so. So, wir müssen weiter, das... Ach, ja, genau. Okay. Jetzt haben wir aber wirklich alle Minikids, den Retter, Regellosen, alles da oben bekommen, ne? Echt krass. Also, ein Minikit fehlt noch. Das holen wir uns jetzt. Das liegt auch schon da unten, wie ihr sehen könnt. Das liegt schon da unten. Das wartet schon auf uns. So, die Bollenprinzessin. Die habe ich natürlich auch. Boah, ist richtig gut, dass man so viele besitzt. Yeah! Oh, mein Glauben, das ist für den Affen schön. So wie her. Krass. Schnipp, schnapp. Mach auf! Da ist er, der Joker! Ey! Ey! Wir machen das jetzt mal ganz einfach wieder. Kein Plan, ob es klappt, aber wir werden es herausfinden. Äh, Harry, 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 Harry! Wo? Oh, nicht richtig drauf. Doch. Da ist er doch. Ich will nicht, dass er den wieder abbricht. Da ist das Problem. So, und Glas. Das können wir auch zerstören. Da habe ich auch einen richtigen hier. Äh, äh, mach du es. Okay. Das ist so aufregend. Und überhaupt nicht illegal, oder? So. Was bringt dich nach Arkham Asylum? Das. Und der Speedweapon. Oh, der Phantomzonenprojektor? Du wirst mich doch nicht in das berüchtigte Weltraumgefängnis mit den größten Superschurken des Universums verbannen, oder? Oh nein, das ist es. Das ist sein Plan. Nun, ich hätte es etwas knackiger formuliert. So etwa. Stopp, Batman. Mach das nicht, das will er doch. Ja, das nenne ich die Stadt. Wieder einmal retten. Ja, das war inspirierend. Batman, ich kann es nicht fassen. Gern geschehen. Ich muss dich jetzt festnehmen. Weißt du das? Ja, schon klar. Ich dich auch. Huh. Officers, bringen Sie den Projektor zur Aservatenkammer und lassen Sie ihn rund um die Uhr bewachen. Hoffentlich können wir den Joker zurückholen. Zurückholen? Er ist sicher in der Phantomzone, Barbara. Was kann er da schon anstellen? Pff, mach mal halblang. Was soll denn schon passieren? Also einigen wir uns darauf. Ich helfe euch hier rauszukommen und ihr helft mir, Batman zu besiegen, ja? Sehr gern. Eliminieren. Er meint natürlich. Doch wie willst du uns aus diesem infernalen Loch befreien? Überlass das nur mir. Überraschend fröhliche Musik für ein Gefängnis. Nach oben, Mämm? Nein, aber du gehst zu vorne. Zack! Und Zack! Exportoptionen. Alle Insassen befreien. Sind Sie sicher? Ja, bin ich! Bitte nicht. Alle Insassen werden befreit. Oh je. Das ist natürlich extrem schlecht gelaufen, wa? Das wollte der Joker doch nur und jetzt hat er alles befreit. Ihr habt es gesehen, Freunde. Saruman Saruman's Auge. Hier die Saurons Auge. Ähm, King Kong, Freunde. Hier dieses komische Wassermonster. Äh, Voldemort. Alle sind frei. Das gibt's nicht. Und wir müssen jetzt, ja, unser Bestes geben, damit wir die wieder daran hindern können oder wieder wegbringen können. Ich, ach, Scheiße. Das wird schwer, Freunde. Das wird schwer, aber wir geben unser Bestes in der nächsten Folge. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Daumen da oben, Abo da lassen, haut rein. Peace.